So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, beziehungsweise es ist Raid am Mittwoch, aber noch nicht ganz Raid am Mittwoch. Ich habe schon mein Raid am Mittwoch Hemd an, das möchte ich nämlich gleich aufnehmen, aber zuvor noch eine richtig geniale Idee. Der Luca hat mir nämlich ein Bild geschickt von einem Shiny Pikachu, jetzt in der Freundschaftswoche natürlich, in diesem Event, was ja noch bis Freitag sozusagen geht, oder bis Donnerstag, ich weiß es gar nicht, bis Donnerstagabend glaube ich und ich habe am Dienstag ja immer diese Gewinnspiele rausgebracht, habe gesagt, wir müssen ja nicht jeden Dienstag ein Gewinnspiel machen, deswegen mache ich aus Spaß am Mittwoch jetzt eben ein Gewinnspiel und er hat mich auf eine Idee gebracht, denn er hat ein Shiny Pikachu mit diesem Sommerhut, mit dieser Sonnenbrille gepostet, mir gezeigt und dann habe ich zu ihm gesagt, komm das verlos mal jetzt einfach mal, ne, deswegen sage ich heute ganz offiziell, ihr könnt ein Shiny Pikachu mit Sommerhut und mit Sonnenbrille gewinnen. Ihr wisst ja, wie das abläuft, ihr müsst nicht abonnieren, ihr müsst nicht liken, ihr müsst nicht teilen, ihr müsst keine tausend Freunde dazu animieren, dass sie da irgendwas oder markieren oder hin und her. Ihr postet einfach nur einen Kommentar unter dieses Video, habt ihr schon ein Shiny Pikachu oder wäre das ein neues Shiny für euch? Habt ihr schon irgendeine Form von Shiny Pikachu und den passenden Hashtag unter das Video kommentieren? Dann wird das Ganze am Montag ausgelost, am Montag im Livestream. Jeden Montag ab 20 Uhr ist chill mit Ramses Livestream und weil es so gut geklappt hat letztens mit dem Thomas seinem Account, werden wir die Verlosung wieder direkt um 21 Uhr machen. Um 20 Uhr geht der Livestream also los und um 21 Uhr ist die Verlosung vom Shiny Pikachu mit Sonnenbrille und Strohhut. Wir haben ja die anderen ganzen Shiny Pikachus, auch das mit dem Ballon das Fliegende oder mit den ganzen Regionshüten, also mit Rayquaza-Hut, mit Nachtara-Hut, mit Lucario-Hut, alles die ganzen Shinies haben wir ja schon rausgekloppt. Jetzt passen da in Vorbereitung zum Go-Face, kann es gar nicht sein. Wir packen einfach noch das Shiny Pikachu mit Strohhut und Sonnenbrille oben drauf. Danke an Luca für die Idee und danke für das Shiny, was ich einfach jetzt von dir nehmen und darüber tausche. Nein, das hat natürlich alles seinen Hintergrund. Keine Sorge, du kannst deins behalten, alles wird gut. Und weil es die Vorbereitung zum Go-Fest ist, wird der Hashtag auch was mit dem Go-Fest zu tun haben. Wir nennen es einfach Hashtag GoFestHype2020. Das ist also der Hashtag, wenn wir das am Montag dann auslosen, ist das Go-Fest ja schon vorbei, weil das Go-Fest ist ja jetzt am Wochenende und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Packt den richtigen Hashtag, wie er geschrieben wird, habt ihr ja eingeblendet gesehen. GoFestHype2020. Packt den einfach als Kommentar unten rein und wäre schön, wenn ihr noch angebt, ob ihr schon ein Shiny Pikachu habt, in welcher Form auch immer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag bei der Auslosung im Chill mit Ramses Livestream. Um 20 Uhr geht es los und um 21 Uhr wird ausgelost. Das hat letztes Mal richtig gut geklappt, weil ich immer nicht wusste, wann wie wo. Dann haben ein paar versäumt einzuschalten, ein paar sind zu spät gekommen, ein paar waren zu früh da. Jetzt habt ihr eine feste Zeit, wann gelost wird. 21 Uhr, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. So, willkommen zu einer neuen... Ach so, jetzt habe ich ja meinen... So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. SS Raid am Mittwoch, aber es ist nicht... doch nicht ganz... Äh... Äh... Bis zum nächsten Mal.